Ich spreche kein Spanisch. Sorry. Bats, bats, bats! Auf die Fräse! Wo ist, was, was? Ha! Komm her! Wow! Bats, Junge! Ey! Ey, nicht fair, nicht fair! Nicht fair! Boah! Voll unfair, Junge! Na, komm her, komm her! Bats! Wow! Komm her, komm her! Ho, ho! Boah! Boah, das tat weh, mit Sicherheit. Oh, das ist, ey, pendejo. Du vasst arrepentieren. Du kannst es! Vuelve, ey! Wie konnte ich nochmal ausweichen? Boah, 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 boah! Komm soee! Boah, mein Finger, mein Finger, mein Finger, mein Finger, mein Zimmer, mein Finger, mein Finger! Boah! Boah! Wetz극 modeling! Hey! Wie ist das der Kraft? die die lange sollte ich hier drin bleiben wo ist die Toilette direkt vor dir viel Spaß Werde ich haben. Gracias. Uncool. Einfach uncool. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, 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 schon gut. Langsam. Ja, ist er juuut. Ein höllischer Ort. Oh Gott, werde ich jetzt zur Schlachtbank geliefert? Befördert. Ich spreche immer noch kein Spanisch. Da bleibe ich eng. Boah, das sieht ja mal echt geil aus hier. Ja? Was? Ich sehe einen kuss. Das hier ist ein kuss, dass du mein Name hast. Du hast auf, wenn du da drinnen. Auf het rejoice. Los geht's. Los geht's. Auf子. Ja, ja. Das ist wirklich ein lieb. Oh ja. Wir lieben denn das nicht. Oh! Oh! Ouch! Was? Alter, übertreibt man nicht! Wollang? Wow, okay, okay! Dann geh du doch vor! Mann! Hier durch? Oh! Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig! Ey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors! Alter, die Ratten sind ja mal mega fett! Komm, Dickerchen! Ui, das sieht cool aus! Wollang? Okay, da lang! Ja, schon klar! Da durch! Und da lang! Hier durch! Was? Da wären wir! Okay! Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will nen Anteil! Was? Was? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will nen Anteil! Komm schon, Vargas! Du solltest uns nur rein und raus bringen, mehr nicht? Nur! Ich riskiere meinen Kopf für euch Gringos! Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür! Sie? Wie? Aber nicht annähernd genug! Den solltest du doch nicht erfüllen! Ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen! Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen! Draufgeschissen! Okay, aber sei vorsichtig! Das ist 300 Jahre alt! Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft! Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat! Der Pirate den größten Raubzug der Geschichte machte! Und davon kam! Hab's nachgeschlagen! Ganz toll! Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel! Alles von einem einzigen Schiff! Ah, der Gunsway! Ja! Ja, ich kenne die Geschichte! Komm endlich zur Sache! Bla bla bla, ich sitz in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses! Ah, hier! Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden! Mein Kreuz tragen und sie entdecken! Die Reichtümer des Paradieses! Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses! Das ist eine Metapher! Nein, 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 nein! Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen! Ich will einen Anteil! Okay! Hör zu! Lass mich da rauf und mich in der Zelle umsehen! Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rave ausmachen! Na los! Der Brief! Por favor! Wie willst du überhaupt da rauf? Klettern! Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja! Hab ich nicht vor! Ja, nie ist klar! War das jetzt richtig? Ähm... Wow, 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 wow! Boah, Riff schlägst du wie ein Ninja! Wow! Bisschen hoch! Okay! Hoch! Ah, ich glaub nicht, dass ich da rein sollte, oder? Ist da ein Schatz? Ist da ein Schatz? Siehst du was blinken? Hahaha, wusste ich doch! Sie haben einen Schatz gefunden! Sie haben einen Schatz gefunden! Mein erster Schatz! Mein erster Trophäe! Was? Lass mal hier ein bisschen umgucken! Vielleicht finden wir... noch einen! Bingo! Und weiter geht's! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nicht so'n Ding! Okay! Bup! Ähm... Bestimmt dein! Bup, bup, bup! Komm schon! Mal dran! Und hoch! Und hoch! Und hoch! Und hoch! Siehste! Easy! 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 Hätte einmal dazu raten! Oh Gott! Oh Gott! Wow! Also das Ding ist auf jeden Fall... cool eingebaut! Oh Gott! Nicht mal wieder! Wieso blinken die Schätze nicht mehr oder so? Wow! Wow! Au! Einmal rum! Na! Los! Und... Okay! Doch nicht! Wir müssen doch lieber... hier lang! Hoch! Blinkt da was? Schatz? Ich könnte da runterrutschen! Äh... Woii! Gott! Haha! Zack, zack! Ja! So spiel ich immer durch! Ganz schnell! Klar hochklettern! Wo muss ich denn jetzt lang? Ist hier was? Schatz? Einige Schatz! Okay, da hoch! Hoch! Ich wusste es doch! Hoch! Waaai! Uiuiuiui! Wo muss ich die höchste Zelle finden! Hä? Okay, wie... So... Turbo! Turbo! Klettern! Ich wäre zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten! Wow, wow, wow! Schnell! Hoch! Müssen wir da rein? Okay! Hey! Das sagte ich schon! Schatz? Okay, was... brachte mir das jetzt? Moment mal, das Ding... Auf dem Zettel steht höchster Punkt! Höchster... Punkt! Ziehen geht nicht? Ah! Okay! Mal im Ernst! Das ist ziemlich cool! Ja! Hast recht! Wow! Was für eine geile Aussicht! Hoch! Hoch! Oh! Ich kriege den Hasen... Boah! Kann ich nicht mehr Herz rasen! Na, weiter hoch! Und hopp! Muss ich da jetzt rein? Moment, das sind doch griechische Buchstaben. Römisch. Okay, sowas und X. Ähm... Da. Da. Ja, da und M. Wo sind das M? Okay, da sind jetzt zwei. Welches? Das mit dem Pfeil. Das da! Ähm... Nein! Nein! Okay, wo ist das Schützesymbol? Schütze? Ja. Römischütze? X. Moment mal. Ah, da. Das ist aber elf. Moment mal, hä? Da ist nix. Schütze plus M. Das ist da. Achso, zwei. Habe ich doch gedrückt. Ah, Schütze ist X. Wo ist das? Hä? Da. Hm. Römische 10. Nichts. Was stand noch mal im Brief? Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Was stand noch mal im Brief? Was stand noch mal im Brief? Ja. Ja. Lass mich die 2 drücken. Also das Ding will mich jetzt langsam verarschen. Und die römische Zahl 2. Ja. Ah, nein. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Moment mal. Schütze und Skorpion. Schütze X. Okay. Wo ist es denn jetzt nochmal? Da. Nein. Hä? Schütze. Bäume Schütze. Ja. Habe ich doch schon gedrückt. Da. Nee. Da. Da unten. Okay. Jetzt bin ich bleibenbleiben. اahhh. Haaaahhh. Moment, der Skorpion ist die Zwei. Komm, lass mich die Zwei drücken. Ach, nicht das. Ja, ich weiß auch. Okay, ich hänge gerade echt hinterher. Wirklich jetzt, so pieps einfach. Schönes Bett. Das ist Fünf, das ist Eins. Vier, Drei. Hm. Eins, elf, drei, sechs, acht, eins, fünf, vier, eins, neun. Okay, wir müssen das Ding jetzt komplett verpuppern. Da ist nix. Schütze und Skorpion. Ja. Schütze X. X war da. Kann ich aber nicht mehr drücken. Drück mal halt alle. Ich sollte mir den Brief nochmal anzeigen. Ja, hab ich doch. Ich kann sogar ranzoomen. ganz viele X. So, das ist ja das Symbol. Hm. Drück mal einfach alles. Erste Rätsel und ich kack schon ab. Ja, lecker um mir oder la Magie. Ich hab doch schon die Zwei gedrückt. Und die, und das X. Drei, fünf. Wird das jetzt Minus gerechnet oder sowas? Das wäre acht. Ne? Vielleicht plus gerechnet? Ha! Booyah! So geht das. Ich fack das. Ich fack das. Ich fack das gleich auch. Ja. Gut. Das muss es sein. Jo. Ist es. Dann mal zurück. Hat diesen Puppels einfach ein Rätsel?